Tag Nerds! Heute begeben wir uns auf eine klangvolle Reise durch die Geschichte des Gaming-Sounds. Von den simplen Pieptönen der Anfänge bis zu den innovativen 3D-Sounds der Gegenwart haben wir beeindruckende Meilensteine erlebt. In unserem gewohnt lockeren Stil nehmen wir euch mit auf eine faszinierende Zeitreise, um die Entwicklung des Gaming-Sounds zu erkunden. Von Pong bis Hellblade Senua Sacrifice, von 8-Bit bis zu binauralem Audio. Wir durchstreifen die Jahrzehnte, um die Evolution dieser oft unterschätzten, aber entscheidenden Komponente der Gaming-Erfahrung zu verstehen. In diesem Video werfen wir nicht nur einen Blick zurück auf die Vergangenheit, sondern wagen auch einen Ausblick in die vielversprechende Zukunft des Gaming-Sounds. Setzt eure Kopfhörer auf, lehnt euch zurück und lasst uns gemeinsam in die Welt des Gaming-Sounds eintauchen. Frühe Anfänge. Es ist das Jahr 1972, die Geburtsstunde des Gaming-Sounds. Als Pong die virtuellen Schläger auf den Bildschirmen zum Leben erweckte, waren die akustischen Begleiter noch simpel, bestehend aus nichts anderem als einfachen Pieptönen und rudimentären Soundeffekten. Diese minimalistischen Klänge mögen im Vergleich zu heutigen Kompositionen bescheiden erscheinen, doch sie markierten einen entscheidenden Schritt in die Welt des Gaming-Sounds. Pong aus dem Jahr 1972 wird als der Ursprung des Gaming-Sounds betrachtet. In einer Zeit, in der die Spielewelt noch in den Kinderschuhen steckte, erkannten die Entwickler das Potenzial von Klängen, um das Spielerlebnis zu vertiefen. Der einfache Piepton bei jedem Schlägerhit und der monotone Sound des hin- und herfliegenden Balls mögen primitiv erscheinen, doch sie legten den Grundstein für das, was noch kommen sollte. Mit Pong wurde klar, dass Sound nicht nur als Beiwerk des visuellen Erlebnisses betrachtet werden sollte. Die Entwickler realisierten, dass Klang eine eigene Sprache hatte, um Emotionen zu vermitteln und das Spielerlebnis zu intensivieren. Ein einfacher Piepton mag bescheiden wirken, aber er war der Beginn einer Revolution, die sich zu einer Symphonie aus komplexen Soundeffekten und mitreißenden Klanglandschaften entwickeln sollte. Die Spieler dieser Ära wurden von einer Klanglandschaft begleitet, die geprägt war von simplen, aber charakteristischen Tönen. Jeder Schlag, jeder Treffer, jeder Piepton trug dazu bei, die Spieler tiefer in das Spiel zu ziehen. Die Entwickler hatten damals noch begrenzte Ressourcen für Audio, aber ihre Kreativität füllte den Raum mit den grundlegenden, aber markanten Geräuschen, die den Beginn einer spannenden Entwicklung kennzeichneten. Die Einfachheit der Klänge täuschte über ihre Wirksamkeit hinweg. Diese charakteristischen Töne waren nicht nur akustische Signale, sondern emotionale Verstärker. Der Piepton eines erfolgreichen Treffers konnte den Spieler mit Stolz erfüllen, während ein verpasster Schlag Frustration hervorrufen konnte. Die Klanglandschaft wurde so zu einem unverzichtbaren Teil des Spielerlebnisses, der subtil die Stimmung und den Fortschritt im Spiel beeinflusste. Diese grundlegenden, aber markanten Geräusche sollten den Grundstein legen für eine Entwicklung, die den Gaming-Sound von einem simplen Nebenprodukt zu einer künstlerischen Ausdrucksform machte. Der Weg von Pong zu komplexen Klanglandschaften war eröffnet und die Spieler sollten schon bald in eine neue Dimension des Gaming-Sounds eintauchen. Der klangliche Aufschwung der 80er Jahre Die schillernden 80er Jahre waren nicht nur von Neonlichtern und VHS-Kassetten geprägt, sondern auch von einem klanglichen Aufschwung, der den Gaming-Sound von rudimentär auf aufregend veränderte. Angeführt von Ikonen wie Super Mario Bros. und anderen Spielen definierte diese Ära den Sound von Videospielen neu. Mit dem Fortschreiten der Technologie erlebte der Gaming-Sound einen Sprung nach vorn. Die Einführung von mehr Soundkanälen und verbesserten Soundeffekten machte den Gaming-Sound nicht nur komplexer, sondern auch lebendiger. Der einst monotone Piepton wurde durch einen klangvollen Soundtrack ersetzt, der das Spielerlebnis vertiefte. Nach dem bahnbrechenden Erfolg von Super Mario Bros. im Jahr 1985 war ein unaufhaltsamer Wendepunkt erreicht. Diese 8-Bit- und 16-Bit-Ära erlebte nicht nur eine Transformation des Klangs, sondern eine Revolution der Gaming-Soundlandschaft. Die musikalische Gestaltung von Videospielen war nicht länger auf simple Melodien und wiederholende Effekte beschränkt. Spieleentwickler erkannten die kreative Bandbreite des Sounds und begannen, ihn als aktives Gestaltungselement einzusetzen. Super Mario Bros. führte den Weg, indem es die Pixelwelt von Mario mit eingängigen Melodien und vielschichtigen Soundeffekten zum Leben erweckte. Die monotone Welt des Bleepins und Bloopins wurde durch eine Symphonie aus Tönen ersetzt, die nicht nur als Begleitung, sondern als integrales Element des Spiels agierten. Jeder Sprung, jeder Münzgewinn, jeder Treffer gegen einen Feind wurde von akustischen Elementen begleitet, die das Spielerlebnis vertieften. Spiele wurden zu orchestrierten Erlebnissen, bei denen der Klang nicht nur eine Hintergrundmelodie war, sondern einen eigenen Raum einnahm. Die Zeit der 8-Bit- und 16-Bit-Sounds legte somit den Grundstein für eine Ära, in der der Gaming-Sound zu einem kunstvollen Ausdrucksmittel wurde, das die Spieler noch tiefer in die Welten ihrer Spiele zog. Ein weiteres Juwel dieser Ära war der Soundtrack von The Legend of Zelda im Jahr 1986. Die ikonische Melodie entführte die Spieler nicht nur in fantastische Welten, sondern markierte auch einen Wendepunkt in der Geschichte des Gaming-Sounds. Zum ersten Mal wurde Musik nicht nur als Hintergrund, sondern als Schlüsselkomponente des Spielerlebnisses betrachtet. Der Soundtrack von The Legend of Zelda ist ein Meisterwerk, das weit über den Bildschirm hinausreicht. Die ikonische Melodie, komponiert von Koji Kondo, verlieh dem Spiel eine emotionale Tiefe und führte die Spieler in eine Welt voller Abenteuer und Magie. Diese Melodie war nicht einfach nur musikalische Untermalung, sondern wurde zu einem zentralen Element, das das Spielerlebnis maßgeblich beeinflusste. Zum ersten Mal wurde Musik nicht nur als atmosphärische Ergänzung betrachtet, sondern als essentieller Bestandteil des Gaming-Erlebnisses. Die musikalische Begleitung von The Legend of Zelda trug dazu bei, die Emotionen der Spieler zu intensivieren. Sei es die Aufregung inmitten eines Kampfes oder die ruhigen Klänge in idyllischen Dörfern. Die Melodie wurde zu einem Erkennungsmerkmal des Spiels und schuf eine Verbindung zwischen den Spielern und der virtuellen Welt. Diese Ära legte somit den Grundstein für die Integration von Musik als essentiellen Bestandteil des Gaming-Erlebnisses. Die 8-Bit- und 16-Bit-Ära schuf eine Synergie zwischen visuellem und auditiven Reiz, welche die Grundlagen für zukünftige Gaming-Soundtracks legte und eine klangliche Reise auslöste, die bis in die Gegenwart andauert. Ära des 3D-Sounds – der Aufstieg der Raumklang-Revolution Die Klänge der Vergangenheit, geprägt von den Melodien der 8-Bit- und 16-Bit-Ära, führen uns nahtlos in eine neue Ära des Gaming-Sounds. Die Ära des 3D-Sounds. Dieser Meilenstein hob das Gaming auf eine neue akustische Ebene, die die Spieler nicht nur visuell, sondern auch auditiv in die virtuelle Umgebung eintauchen ließ. Rayman 2 – The Great Escape aus 1999 setzte einen weiteren Meilenstein in der Welt des Gaming-Sounds und öffnete die Türen zu einer faszinierenden Ära des 3D-Positional-Sounds. In dieser zeitlosen Plattform-Adventure-Perle konnten die Spieler in die zauberhafte Welt von Rayman eintauchen und dabei die revolutionären Fortschritte im Bereich des akustischen Designs erleben. Die Entwicklung von 3D-Positional-Sound in Rayman 2 ermöglichte es den Spielern nicht nur den Klang selbst zu hören, sondern auch die genaue Richtung aus der er kam. Die surrealen Welten von Rayman wurden durch diese neue Dimension des Gaming-Sounds lebendiger denn je. Das Plätschern von Wasserfällen, das Rascheln der Blätter im Wind und die musikalische Untermalung verschmolzen zu einem harmonischen Klangteppich, der die Spieler in die faszinierende Fantasiewelt hineinzog. Mit 3D-Positional-Sound konnten die Spieler nicht nur die akustische Tiefe der Umgebung erleben, sondern auch die Richtung der Geräusche bestimmen. Wenn Rayman durch dichte Wälder lief oder in mysteriösen Höhlen navigierte, veränderte sich die Klanglandschaft dynamisch und die Spieler konnten den Klangquellen folgen, um verborgene Geheimnisse zu entdecken. Das charakteristische Klappern von Rays Schuhen auf unterschiedlichen Bodenbelegen, das Flüstern der Feinde im Hinterhalt und die epischen musikalischen Stücke wurden durch 3D-Positional-Sound zu einer integralen Komponente des Spielerlebnisses. Die Kombination aus visuellen Reizen und präzisem räumlichen Sound schuf eine immersive Welt, in der Spieler nicht nur Teil des Spiels waren, sondern auch mit jedem Schritt tiefer in die Magie von Raymans Abenteuer eintauchten. Rayman 2 brachte nicht nur eine visuelle Revolution, sondern auch eine akustische Innovation, die die Gaming-Welt nachhaltig beeinflusste und einen Standard für die Zukunft setzte. Die Einführung des 3D-Sounds war ein entscheidender Schritt in der Evolution des Gaming-Sounds und ebnete den Weg für noch realistischere und immersivere Klanglandschaften in den kommenden Jahren. Der Übergang zu 3D-Sound markierte zweifellos einen wichtigen Meilenstein in der Evolution des Gaming-Sounds. Doch diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Von hier aus öffneten sich neue Türen für noch tiefere, noch komplexere Klanglandschaften, die in den kommenden Jahren für noch immersivere Spielerlebnisse sorgen sollten. Ära des Surround-Sounds – eine Symphonie des Fortschritts Die 90er Jahre waren geprägt von einer Symphonie des Fortschritts, als die Ära des Surround-Sounds die Gaming-Welt betrat. Spiele wie Half-Life aus dem Jahr 1998 eröffneten eine neue Dimension des Gaming-Erlebnisses, indem sie den Sound nicht nur als Hintergrund, sondern als aktiven Gestalter des Spiels einsetzten. Der Surround-Sound umhüllte die Spieler regelrecht, schuf eine immersive Klanglandschaft, die das Geschehen realer und intensiver machte. In dieser Ära wurde das Gaming nicht nur visuell, sondern auch akustisch beeindruckend. Schüsse von allen Seiten, das leise Rascheln von Feinden, jede akustische Nuance trug dazu bei, die Spieler tiefer in die Spielwelten zu ziehen. Der Raumklang erzeugte eine räumliche Tiefe, die das Gefühl der Präsenz verstärkte und die Grenzen zwischen der virtuellen und der realen Welt verschwimmen ließ. Baldur's Gate, das 1998 erstmals veröffentlicht wurde, war nicht nur bahnbrechend in Bezug auf Storytelling und Charakterentwicklung, sondern es integrierte auch fortschrittliche Technologien, darunter Surround-Sound. Schon in seiner ersten Version bot das Spiel eine beeindruckende audiovisuelle Erfahrung, die durch die Verwendung von Surround-Sound weiter intensiviert wurde. Die epische Welt von Baldur's Gate wurde durch die räumliche Klanglandschaft lebendiger, wodurch die Spieler tiefer in die fantastischen Kulissen und packenden Dialoge eintauchen konnten. Von den Klängen der Natur bis zu den aufregenden Kämpfen profitierten die Spieler von einer akustischen Dimension, die die immersive Qualität des Spiels steigerte. Es ist beeindruckend zu sehen, wie Baldur's Gate nicht nur in Bezug auf Gameplay und Storytelling, sondern auch in Bezug auf die audiovisuelle Präsentation neue Maßstäbe setzte. Die Surround-Sound-Unterstützung trug zweifellos dazu bei, das Spielerlebnis zu vertiefen und die Spieler in die faszinierende Welt von Baldur's Gate zu ziehen. Die 90er Jahre markierten somit nicht nur einen Fortschritt, sondern einen Meilenstein in der Evolution des Gaming-Sounds. Der Übergang zu Surround-Sound veränderte nicht nur die Art und Weise, wie wir Spiele sehen, sondern auch, wie wir sie hören und fühlen. Die Kunst der Immersion Der nächste evolutionäre Schritt in der Welt des Gaming-Sounds führte uns in die Sphäre des binauralen Sounds. Spiele wie Hellblade, Senua Sacrifice aus dem Jahr 2017 haben sich den hochentwickelten Surround-Sound zu eigen gemacht, um eine beispiellose, immersive Erfahrung zu schaffen. Binauraler Sound, der Klang aus verschiedenen Richtungen simuliert, wurde zum Schlüssel für ein noch realistischeres Eintauchen in virtuelle Welten. In Hellblade wird der Spieler durch die präzise Platzierung von Klängen in einem dreidimensionalen Raum förmlich von der akustischen Umgebung umarmt. Jeder Schrei, jedes Flüstern. Sie alle tragen dazu bei, die emotionale Tiefe des Spiels zu verstärken. Binauraler Sound ermöglicht es, dass der Spieler nicht nur das Spiel hört, sondern es förmlich erlebt. Die Verwendung von binauralem Sound in Hellblade, Senua Sacrifice, setzte einen neuen Standard für die immersive Erfahrung von Gaming-Sound. Binauraler Sound simuliert die Art und Weise, wie das menschliche Gehirn Schallquellen wahrnimmt, indem er Klang mit zwei Mikrofonen aufnimmt, die so positioniert sind wie die menschlichen Ohren. Dies ermöglicht eine präzise räumliche Darstellung von Geräuschen und schafft ein dreidimensionales Hörerlebnis. Jeder Schrei und jedes Flüstern wird mit erstaunlicher Präzision platziert, um eine realistische Klangumgebung zu schaffen. Wenn Senua durch düstere Landschaften wandert oder von düsteren Stimmen umgeben ist, kann der Spieler die exakte Richtung dieser Geräusche bestimmen. Das förmliche Eintauchen in die akustische Welt des Spiels erzeugt nicht nur Spannung, sondern verstärkt auch die emotionale Tiefe des Spielerlebnisses. Die präzise Positionierung von Klängen in einem dreidimensionalen Raum gibt dem Spieler das Gefühl, tatsächlich in der Spielwelt zu stehen. Ein weiteres beeindruckendes Beispiel dieser Ära ist The Last of Us Part 2 aus 2020. Hier beeindruckt nicht nur die visuelle Schönheit, sondern auch die akribische Gestaltung des Soundtracks und Sounddesigns. In diesem Spiel werden nicht nur Geräusche, sondern auch Stille als kraftvolles Element genutzt, um die emotionale Tiefe des Spiels zu verstärken. Jeder leise Atemzug, jedes knarrende Holzbrett. Sie alle tragen zur Atmosphäre bei und ziehen die Spieler noch tiefer in die narrative Welt. Die Verwendung von binauralem Sound und modernen Technologien hat die Art und Weise, wie wir Spiele erleben, revolutioniert. Die Klänge sind nicht mehr nur Begleiter, sondern ein integraler Bestandteil der Gaming-Erfahrung, der die Grenzen zwischen Realität und Fiktion weiter verschwimmen lässt. Die Verbindung zur Realität Die Evolution der Klangwelten in Videospielen hat einen weiteren Höhepunkt erreicht, in dem realistische Soundeffekte und hochwertige Sprachaufnahmen in die Gaming-Sphäre eingeführt wurden. Ein herausragendes Beispiel für diese Integration ist Red Dead Redemption 2 aus 2018, das ein unvergleichliches Erlebnis bietet, in dem es realistische Umgebungsgeräusche und authentische Dialoge verwendet, um die Spieler in die raue Wild-West-Welt zu versetzen. Die akustische Gestaltung von Red Dead Redemption 2 ist ein Meisterwerk des Sounddesigns. Jeder Soundeffekt wurde sorgfältig ausgearbeitet, um die Natur des Wilden Westens authentisch zu reproduzieren. Das sanfte Rascheln der Blätter im Wind und das charakteristische Knirschen des Schnees unter den Stiefeln vermitteln nicht nur ein realistisches Umfeld, sondern tragen auch zur Atmosphäre und Immersion des Spiels bei. Die Liebe zum Detail in den Soundeffekten trägt dazu bei, dass die Spielwelt lebendig wird. Der Spieler wird nicht nur visuell, sondern auch auditiv in die Umgebung hineingezogen, was das Gesamterlebnis intensiviert. Das Zirpen der Grillen in der Abenddämmerung oder das ferne Wehren eines Pferdes tragen zur Authentizität der Spielwelt bei und schaffen eine dichte Atmosphäre. Die Charaktere in Red Dead Redemption 2 sind nicht nur visuelle Manifestationen, sondern durch ihre Stimmen erhalten sie eine einzigartige Persönlichkeit und Tiefe. Die hochwertigen Sprachaufnahmen erfassen die Nuancen der Emotionen und vermitteln subtile Facetten der Charaktere, die über die visuelle Darstellung hinausgehen. Die Dialoge werden durch die Authentizität der Sprachaufnahmen intensiviert und die Spieler können sich stärker mit den Charakteren identifizieren. Die emotionalen Höhen und Tiefen, die durch die akustische Dimension verstärkt werden, schaffen eine tiefere Bindung zwischen den Spielern und den virtuellen Persönlichkeiten. Die akustische Ebene wird somit zu einem entscheidenden Element, um die Geschichte von Red Dead Redemption 2 mit Leben zu erfüllen. Die Interaktivität des Sounds hat ebenfalls eine entscheidende Rolle gespielt, indem sich Spiele dynamisch an die Handlungen der Spieler anpassen. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist Control aus 2019. Das Spiel setzt auf adaptive Audio-Technik, die sich je nach Situation und Ort im Spiel anpasst. Dies führt zu einer nahtlosen Integration von Sound und Gameplay, bei der der Sound nicht nur als Hintergrund agiert, sondern aktiv auf die Entscheidungen und Handlungen der Spieler reagiert. Die Integration von Realismus und Interaktivität im Gaming-Sound hat die Immersion auf ein neues Niveau gehoben. Sound ist nicht mehr nur ein Beiwerk, sondern ein mächtiges Werkzeug, das die Grenzen zwischen Realität und virtueller Welt weiter verwischt. Ausblick auf die Zukunft des Gaming-Sounds. Die Evolution setzt sich fort. Bevor wir uns von dieser faszinierenden Reise durch die Geschichte des Gaming-Sounds verabschieden, werfen wir einen kurzen Blick in die Zukunft. Eine Zukunft, in der die Technologie den Gaming-Sound weiter transformieren und intensivieren wird. Die Entwicklungen, die wir bisher erlebt haben, sind nur der Anfang und wir dürfen gespannt sein, was uns in den kommenden Jahren erwartet. Die Zukunft des Gaming-Sounds verspricht eine Revolution in Bezug auf Realismus und Personalisierung. Mit fortschreitender KI-basierter Soundgenerierung wird der Gaming-Sound nicht mehr statisch sein, sondern dynamisch auf die Handlungen der Spieler reagieren. Stellt euch vor, wie die Klanglandschaften sich in Echtzeit verändern, wenn der Spieler durch verschiedene Umgebungen navigiert, Herausforderungen meistert oder in den Dialogen unterschiedliche Entscheidungen trifft. Diese dynamische Anpassung des Sounds wird nicht nur die Immersion intensivieren, sondern auch personalisierte Sounderlebnisse ermöglichen. Die KI wird in der Lage sein, die individuellen Vorlieben und Spielstile der Spieler zu erlernen und den Sound entsprechend anzupassen. Ein Spieler, der sich für intensive Action-Szenen interessiert, könnte einen aufregenderen und dynamischeren Soundtrack erleben, während ein Spieler, der die Atmosphäre und Ruhe bevorzugt, vielleicht eine eher subtilere akustische Begleitung erhält. VR wird die Art und Weise, wie wir Spiele erleben, grundlegend verändern und der Gaming-Sound wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Die Fortschritte in der räumlichen Audio-Technologie werden es ermöglichen, dass Klänge nicht nur aus einer bestimmten Richtung kommen, sondern sich in Echtzeit mit der Bewegung des Spielers synchronisieren. Wenn der Spieler den Kopf dreht oder sich durch die virtuelle Welt bewegt, werden die Klänge entsprechend reagieren, um ein noch realistischeres Gefühl der Präsenz zu schaffen. Präzise lokalisierte Klänge werden die Illusion verstärken, dass der Spieler tatsächlich inmitten der Spielwelt steht. Das Rascheln der Blätter, das Knarren des Bodens oder das entfernte Geräusch eines vorbeiziehenden Windes werden nicht nur gehört, sondern auch räumlich wahrgenommen. Dieser Grad der Immersion wird die Grenzen zwischen Realität und virtueller Realität weiter verschwimmen lassen und das Gaming-Erlebnis auf ein neues Niveau heben. Die Zukunft des Gaming-Sounds verspricht also nicht nur technologische Innovationen, sondern auch eine tiefere Verbindung zwischen Spielern und ihren virtuellen Welten. Die Evolution setzt sich fort und wir können uns darauf freuen, wie der Sound die Gaming-Erfahrung in den kommenden Jahren noch weiter bereichern wird. Das war unsere Reise von den einfachen Pieptönen zu den beeindruckenden 3D-Sounds der Gegenwart. Doch diese Reise ist nicht vorbei, sondern markiert nur einen Zwischenstopp. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir eure Gedanken hören. Welche Spiele haben euch am meisten beeindruckt? Welche Sound-Effekte sind euch in Erinnerung geblieben? Teilt eure Erfahrungen und Erwartungen für die Zukunft des Gaming-Sounds in den Kommentaren. Das war's für heute, liebe Zuschauer. Wir hoffen, ihr habt die Reise durch die Klangwelten der Spiele genossen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal für mehr nerdige Inhalte. Bis zum nächsten Mal und jetzt taucht gerne wieder ein in die faszinierende Welt des Gaming-Sounds. Lebt lang und in Frieden!